Ja hallo Leute und herzlich willkommen zu der elften Dead Space Serie. Im letzten Teil mussten wir die Energieversorgung der Wasserreinigung umleiten, um die AAS Kanonen zu aktivieren, damit wir die Asteroiden abschießen können. Leider hat sich herausgestellt, dass die automatische Zielerfassung offline ist und nun muss ich sie manuell kalibrieren. Also wollen wir mal los und keine Zeit verlieren. Außenzugang natürlich noch etwas herum. Credits, perfekt. Hier war ich noch nicht dran. Ja genial, wieder Loot. Schema mittlerer Minenarbeit, der Rick. Also wahrscheinlich wieder etwas für meinen Anzug. Credits und hier. Plasma Energie. Ja, ich glaube das war's. Wie lautet der Flam? Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeugen. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Kalibriere drei AAS Kanonen. Okay. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Schiek. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Nicht ganz krön. Weit um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Assias ist tot. Captain ist tot? Ist das Sicherheitsdienst tot? Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Schiek? Diese fanatischen Unithologen? Eckert hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie IG-7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Heinz! Heinz! Die Patanzer-Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Okay. Hört sich irgendwie nach Selbstmord an. Was ist da nur passiert? Ich speichere hier lieber mal ab. Okay, und jetzt geht es raus. Das sieht echt ziemlich cool aus. Ah, ich muss mich beeilen. Wow, das war knapp. Das C-System wird synchronisiert. Genau, das war knapp. Warnung! Höhlenintegrität beeinträchtigt. Ah, mit E. Okay. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Brauchst Powerstoff, Jungs. Ah, hier ist die andere. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Hier ist die nächste. Wow! Was macht das Teil hier? Okay, ich hab's erledigt. Synchronisiert. Wow, irgendetwas trifft mich hier. Datenmigration abgeschlossen. AAS 9000. Ah, natürlich. Da ist nochmals einer. Diese kleine Bastard hier. Aktivieren die Ausbildung. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Also, sie sind kalibriert. Jetzt schnell zurück. Schwererlosigkeit deaktiviert. Wow, geschafft. Ende des Vakuumes. Lass mich raten, da kommt bestimmt wieder bald ein Gegner. Ich speichere lieber mal ab. Und ich wechsle mal hier die Waffe. Ich habe ja wieder Munition für meinen Plasma-Cutter. Und den mache ich hier auf Platz Nummer 2. Perfekt. Oh, wie? Ach, was? Nicole? Die Krankenstation ist ein Ort, der zufrieden. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole. Ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Hm. Dieser Hammond. Das wird noch interessant. Okay. Dann. Das war's. Wow, was ist das? Was waren das für eklige Teile? Was war's. Was war's. Okay, jetzt bin ich wieder... In diesem Raum hier waren hier unten nicht auch noch Level 2 Räume? Da sollte ich ja jetzt reinkommen. Okay, das war nur dieser große Raum hier. Was kann ich hier machen? Besatzungs-Rigs. Master-Überbrückung. Aktivieren. Warnung, mehrere Sicherheitsprotokolle sind fehlerhaft. Einige Bereiche sind möglicherweise unzugänglich. Empfehlung, Erwerb von RIG-Berechtigungen für die Abteilung und Kopilierung der Master-Sicherheitsüberbrückung an dieser Konsole. Master-Sicherheitsüberbrückung. Ich brauche ein paar RIGs der Führungsoffiziere. Die sollten die nötigen Berechtigungen abdecken. Sind das die Nebenmissionen? Ah, okay. Sie sind nicht autorisiert. Finde den RIG von Abbaus-Supervisor-Dallas. Also einige Sachen hier. Mhm. Und die Hauptmission ist, kehre zur Krankenstation zurück. Also es gibt einiges zu tun. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze endet. Vielleicht muss ich ja auch noch in den Kapseln irgendwie das Schiff verlassen. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze endet. Hm. Aber ich kann mal hier die Werkbank benutzen. Einen Knoten habe ich noch übrig. Ripperklingen erhalten einen zusätzlichen Querschläger. Oh, das ist bestimmt interessant. Ich mach doch mal den Flammenwerfer weiter. Ich bin ja erst Level 2. Wow. Die Teile haben mich echt überrascht. Ich bin ja erst. Ich bin ja erst. Oh, oh. Ach, Bomben. Schema eingereicht, Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Oh, ein Anzugs-Upgrade. Kann ich irgendetwas verkaufen? Perfekt, ich habe ein paar Halbleiter. So, sieht so aus, als könnte ich mir jetzt den Anzug hier kaufen. Was ich auch gleich machen werde. So, ein Anzug. So, ein Anzug. So, ein Anzug. Well. Jawohl. Dann gehen wir mal weiter. Aber ich kann jetzt hier rein, Level 2. Ah, Gott sei Dank Medikits. Ah, ein Stase-Pack. So, jetzt gehe ich nochmal hier hin. So, das war es auch schonmal, weil ich will das Geld aufsparen. Aber ich würde jetzt mein Stase-Kit mal aufladen. Das Teil hier. Perfekt. So, zur Sicherheit mal gespeichert. Ah, jetzt kommen wir wieder zu der Bahn. So, hier gesperrte Stationen, Krankenstationen. Das ist mein Hauptziel. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nochmals in den Abbausektor und dann nochmals in den Hangar. Weil ich kann ja jetzt hier in die ganzen anderen Türen hinein. In die Level 2 Türen. Das ist doch eine Verarschung hier. Oh mein Gott, was war das? Ich dachte echt schon, ich bin jetzt total am Arsch. Nächster Halt, Abbausektor Maschinenraum, Station bei Abfahren prüfen. Da war irgendetwas auf dem Weg. Okay. Oh mein Gott. Die Frage, wie weit soll ich zurück? Ich doch such mal das ganze Schiff. Weil ich bekomme sicherlich noch irgendwo ein paar Updates für meine ganzen Waffen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oh, jetzt habe ich gerade schon Angst vor meinen eigenen Schatten. Intritt in Baku. Schwerelosigkeit aktiviert Ach, ich weiß nicht, soll ich da jetzt wirklich hoch? Schwerelosigkeit deaktiviert Ende des Vakuum Ich geh einfach mal hoch Einfluss in Vakuum Schwerelosigkeit aktiviert Oh, da ist noch etwas Oder? Ah, ein Sauerstofftank Da war ein Monster hinter mir Geh nochmal kurz zurück Schwerelosigkeit deaktiviert Ende des Vakuum Einfluss in Vakuum Schwerelosigkeit aktiviert Also wie weit geht es denn hier hoch? So, jetzt bin ich ganz oben Kann man hier rein? So wie es aussieht Nicht Aber hier kann ich rein Kriegt das mir was hier? Oh, jetzt muss ich mich aber echt beeilen Ach, jetzt bin ich hier draußen Jetzt bin ich aber gleich tot Ah, nein, doch nicht Hier gibt es Sauerstoff Vielleicht gibt es hier ja noch etwas Was ich vergessen habe Da vorne ist auf jeden Fall Sauerstoff Ah, und ein Gegenstand hier Jawohl Ich habe einen Rack gefunden Sicher auch schon rentiert Hier hoch zu kommen Ich habe einen Rack gefunden Okay, ich muss wieder hier rein. Schwerelosigkeit deaktiviert. Also perfekt, jetzt sollte ich zumindest einen Rick der Besatzung haben. Oh. Na super. Dieser kleine Bastard hier. Okay, ich habe noch einen Medikit. Okay. 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 Tausend Räume hier. So, kann ich jetzt noch etwas verkaufen? Nein. Okay, ich glaube das soll es aber auch schon wieder genug gewesen sein für diese Folge. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Geht mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Teil. Ja, danke gut. Vielen Dank.